Es findet eine regelrechte Hetzkampagne der öffentlich-rechtlichen Medien gegen das Bündnis Sarah Wagenknecht statt. Marlon zeigt in seinem neuesten Video auf, wie die Heute-Show über das Bündnis Sarah Wagenknecht lügt und wie sie wichtige Teile des Programms falsch oder zumindest verzerrt wiedergibt. Beziehungsweise versucht die Partei in Gefilde zu rücken, wo sie eigentlich nicht hingehört. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk verbreitet übelste Propaganda und Lügen über das BSW, genauer gesagt über das Europawahlprogramm. Und was genau wird dort behauptet, laut der ZDF Heute-Show? Im BSW-Europaprogramm wird die EU als Vasall der USA bezeichnet, eine Formulierung aus dem Buch von AfD-Mann Krah. Auch die FDP-Idee von Technologieoffenheit statt einem Verbrenner aus steht im Programm. Bei AfD und FDP abschreiben, wie tief kann man sinken. Wie tief kann man sinken, kann ich die Heute-Show an dieser Stelle auch einmal fragen. Die Formulierung Vasall der USA... Wobei die ganzen Ideen, die zwei Formulierungen ja richtig sind. Also Technologieoffenheit ist durchaus eine vernünftige Forderung. Und die Feststellung, dass wir ein Vasall der USA sind, die ist ja inhaltlich auch vollkommen richtig. Der USA ist zum einen eine total richtige Tatsachenbeschreibung, zum anderen ist auch nicht Krah der Erste, der diese Formulierung benutzt hat und ein Patent darauf angemeldet hat. Diese Formulierung ist schon sehr alt. Hier diese Verbindung zu machen, eine Kontaktschuld herzustellen, anstatt sich einer inhaltlichen Argumentation zu stellen, ist tatsächlich extrem traurig. Aber das ist nicht das Einzige, denn zum anderen... Stimmt, dazu kommen wir jetzt, aber das ist dieses typische Vorgehen. Wenn die AfD 2 plus 2 gleich 4 sagt, dann müssen alle aufrechten Demokraten schreien, nein, 2 plus 2 ist 5. Und wenn man dann sagt, 2 plus 2 ist 4, ja, dann ist man halt ein AfD-Unterstützer. Das ist die Logik, in der die heutige Schau da argumentiert, das hat auch nichts mehr mit Satire zu tun. Also dieses dämliche Kontaktschuld-Argument, das ist ja... oder diese konstruierte Kontaktschuld. Also man verwendet einfach völlig richtige Argumente und steht deswegen in der Nähe von irgendwem. Also das ist an sich schon absurd. Aber das wird ja von allen anderen Mainstream-Sendungen, von den ganzen Talkshows, von den Politmagazinen auch schon die ganze Zeit bemüht. Man sah das auch beim Ukraine-Krieg, als das Bündnis Sarah Wagenknecht gesagt hat, obwohl das gab es damals noch nicht, als Sarah Wagenknecht gesagt hat, okay, ich bin für Frieden. Da alle so, das ist eine AfD-Position. Oder nehmt euch irgendein beliebiges Thema. Wenn die Eurozone kritisiert, dann heißt es immer, das ist eine AfD-Position, man kann doch den Euro nicht kritisieren. Doch, der Euro ist eine Fehlkonstruktion. Aber das werdet ihr bei zahlreichen anderen Themen auch sehen. Es ist das immer gleiche Vorgehen und eigentlich sollten wir uns da nur gelangweilt abwenden. Aber es funktioniert leider bei vielen Menschen noch. Und deswegen ist es richtig, dass Marlon das hier mal kurz aufzeigt und kritisiert. Darüber hinaus ist diese Formulierung auch überhaupt nicht im finalen Programm zu finden. Das heißt, hier wird schlicht und ergreifend gelogen. Ja, diese Formulierung war in einem Entwurf. Und ich finde, diese Formulierung ist richtig. Ich hätte sie drin behalten. Aber letztendlich war diese Formulierung nicht das, was wir final sehen können. Und das kann jeder von euch nachprüfen. Geht auf die BSW-Seite. Geht in den Reiter Programm. Schaut euch dann das Europawahlprogramm an. Scrollt runter. Geht auf die PDF-Datei. Ladet sie euch runter. Beziehungsweise öffnet sie im Browser. Und dann gebt über STRG-F einfach mal nach der Wörtersuche VASAL der USA. Gebt das mal ein. Man kann auch nur VASAL eingeben. VASAL findet sich kein einziges Mal in dem am Ende beschlossenen Programmentwurf. Das bedeutet, dass wir hier schlicht und einfach vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk angelogen wurden, dass hier etwas behauptet wurde, was der Tatsache nicht entspricht. Und das bestätigt mich einmal wieder in meiner Annahme, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk letztendlich kein Verbündeter ist. Die schrecken nicht vor Lügen zurück. Ja, absolut. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein politischer Gegner. Aber das ist jetzt schon witzig. Wie gesagt, selbst wenn sie es drin gehabt hätten, wäre vollkommen richtig gewesen, die Formulierung. Um eine politische Kraft, die ihnen gefährlich werden könnte, letztendlich an den Rand zu drängen und möglicherweise kaputt zu machen. Denen geht es nicht um einen sachlichen Diskurs, dass man argumentiert, inwieweit soll Europa, soll Deutschland unabhängiger von den USA sein, vielleicht auch mit anderen Machtblöcken gute Beziehungen aufrechterhalten, sondern es geht nur um Denunziation. Es geht darum, BSW als politischen Gegner zu markieren, der eigenen linksliberalen Blase etwas zu geben, worauf die mit dem Finger zeigen können. Und das war's. Wie gesagt, das basiert nicht auf Fakten, sondern auf Lügen. Jo, danke Marlon. Über die neue... Verdammt, verdammt, jetzt hat sich ein neues Video gestartet. Marlon, guter Kanal, kann ich euch... Der öffentliche Rechte... Gerne mal... Ich hier mal ein. Hat... Haut relativ regelmäßig Politikvideos raus. Schaut da gerne mal vorbei.